Hans, Hans, ich bin direkt hinter dir. Okay. Okay, guys. Wir machen das schon. Die komisch grünfarbigen sind unsere, ne? Nur Österreich kann sowas tragen. Äh, 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 äh. Österreich haben in der Tat ein paar ganz spaßige Uniformen. Ich hoffe, das Husten hat man nicht gehört. Ah, vielen Dank für diese Aussage. Hallo, lebt ihr noch? Ja, ja, wir leben noch. Wir sind gerade hier Captain Morgan, äh, dabei. Ähm. Sollten die uns nicht aufhören? Als ist die Fahne direkt vor mir. Oh, da ist ein Baum. Ich hab einen, ich hab einen. Das kann doch nicht sein, dass du hier immer die Leute triffst. Pass auf, jetzt kommt da so ein Kackreiter. Nein. Ich hab ihn. Oh. Nein. Geh doch weg. Vorsicht, da drüben zwei Reiter. Drei. Ja, ich wollte mich vor den Reitern in Sicherheit bringen. Nein, ich wollte sie angreifen. Intense War hier. Teil drei. Dann wurde ich erschossen. Oh Gott. Da kommen noch ein ganz paar Franzosen dazu. Ich glaube, das ist hier kein Krieg. Wir haben alle ihre Schüsse noch. Äh, Leute, wollen wir vielleicht die Reihe halten? Ach, da können mir Leute auf mich zu, die gar nicht zu mir gehören. Ist das hier eigentlich das neue Battlefield? Ach, kapistig. Watt, der hat mich grad... Ich bin tot. Das Battlefield 0. Hm. So ist ja einer von uns. Battlefield minus 1. Okay, auf sie! Hans, du schaffst das. Mach ihn fertig. Das war der Falsche. Ich brauch Backup. Danke. Oh Gott, das war knapp. Du hast es kapiert. Was war da denn los? Ja, du, hier. Habe ich mal kurz die Mad Skills ausgepackt. Ich würde gerne nachladen. Mir ist das stressig. Oh, scheiße. Das ist ja alles voll mit Frankreich da hinten noch. Ich gehe nicht da, wo alle zusammengeklappt sind. Ich gehe hier hin. Ich habe ja Schokolade. Leute, seid ja noch da. Da sind ja noch Mimikärchen drin. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Ich auch. Philipp? Ich war als erster tot. Na dann. Christian. Mhm. Ich habe mir jetzt mal das Nova-Regelwerk, die Charaktererstellung durchgelesen. Also da sind wir ja mit Splittermund ziemlich verwirrt. Wieso? Ja, was so die Ordnung und Einfachheit angeht. Wie ist es denn in Nova? Nicht ordentlich und einfach scheinbar. Naja, du wählst jetzt zuerst eine Rasse. Mhm. Die gebt dir verschiedene Modifikationen. Als Mensch hast du zum Beispiel Sprachpunkte extra, weil Menschen wohl sprachtalentiert sind. Ähm. Und 200 Erfahrungspunkte. Das unterscheidet sich dann halt von Rasse zu Rasse. Da gibt es ja noch unterschiedliche Punkte. Und die verteilst du dann halt frei auf alles mögliche. Geld. Eigenschaften. Wozu es denn noch Steigerungstabellen gibt. Die nicht so kompliziert sind wie in DSA. Aber ich fand es in DSA vielleicht ein bisschen sortierter. Was war das denn, Hans? Aber bisher habe ich keinen Charakter erstellt, also mal gucken. Probier es doch erstmal aus. Genau. Sind das da drüben die Franzosen? Ja. Achso, das ist der eine Franzose, der noch lebt. Dort am Horizont. Das ist nicht zwei. Achso, da drüben. Ne, ein einziger. Ja. Äh, was wollte ich sagen? Hm. Ach, schade, dass wir diesen Sieg nicht mehr gemeinsam feiern können, meine Freunde. Ach, seid ihr wieder. Du kannst uns alle zusammen holen und ans Lagerfeuer setzen und mit uns essen und trinken. Genau. Dann fütter ich eure toten Körper. Ja, ist doch lustig. Spaß für die ganze Familie. Krankes Schwein. B-b-b-b-was? Wer? Ich wollte doch auch nur im Tod ein bisschen Freude haben. Für den Kaiser! Du mir! Spaß für den Kaiser. Spaß für den Kaiser! Bambambadambambada. Indirekt hinter Ihnen, Hans, reiht da. Na dann, Mädels, ausrücken! Achso, ja. In dem System kann man sich, glaube ich, schnell verloren fühlen. Weil man nicht genau weiß, wie viel Punkte man wo reinstecken soll. Aber es ist ja in jedem System so, wenn es neu beginnt. Ja, man, viele Systeme geben halt auch vor. Und dann die Hand gegeben und wenn du so richtig so, ha, hier hast du 400 Punkte, viel Spaß. Wenn die da in dem System einen Charakter erstellen, noch irgendwie 27 Erfahrungspunkte ausgeben und die einfach so in den Charakter übernehmen, statt die noch irgendwo reinzustecken, wundere ich mich da und frage mich warum. Das ist sogar am Anfang noch billiger, alles zu steigern. Ihr hättet das Geld reinstecken können, um ein Schiff zu kaufen. Für den Piloten. Das sind dann Beispielsachen. Ja. Mal gucken, was ich mir erst... Bin gespannt. Ja, also Nova wird dann vielleicht auch irgendwann mal kommen als unser Rollenspiel, in unser Rollenspielpaar-Sparte. Oder... Nova ist nicht das, was die Seamöbe so gehypt hat, ne? Ne, die Seamöbe hat gehypt. Äh... Gott, wie hieß denn? Ach, guck mal da, die Kavallerie. Ist das nicht hübsch? Das sieht schick aus. Ja, das ist hübsch. Ja, bis die Kanonenkugel einschlägt. Ne, ne, Martin ist ja bei uns. Ganz ruhig. Na und, fliegt über, macht das diesmal drüber. Genau, wir lenken die Kugel ab, deswegen stehen wir hier vorne. Was hat Seamöbe gelobt? Die Fahne ist die ganze Zeit in meinem Gesicht, ne? War das nicht irgendwas mit U? Ähm... Unknown Armies? Ja, Unknown Armies, genau. Was ist denn das denn? Das ist so ein Magie... Magiersystem, Gedönsbla. Rennen wir gerade hier lang, wo rechts die Reiterei ist und links der Rest... Und wir rennen mitten. Also, ich weiß ja nicht, ob das so schlau ist. Wir sind die Köder. Ich bin ja nicht der Offizier, ich will ja jetzt nicht Kritik ausüben, aber das ist meine persönliche Meinung. Genau, also halt die Schnauze. Wow. Wir sind erst einst in der Truppe umgekippt. Wow. So, wir stehen jetzt auf der anderen Seite vom Fuß. Genau, lass die Fahne zurück. Ohne Deckung. Oh nein, wir haben Klo. Und bleiben hier stehen. Käpt'n Morgen, du bist raus. Gut. Ein Vollhorst und die Flagge wieder. Ich will nicht sterben. Tja, das wollen wir alle nicht. Ich kann dir sagen, so schlimm ist es gar nicht. Bist dir langweilig. Der Tod ist halt ein bisschen langweilig. Ja. Ähm, auf was schießen wir jetzt? Auf die Kavalerie da hinten? Ist das unsere? Keine Ahnung. Auf die Bäume vielleicht, da stehen wir keine. Könnt ihr überrennen, ihr seid in der Überzahl. Immer richtig traurig, weil man so neun Stunden zielt, abdrückt und die Kugel irgendwo links... Ja, ja, nicht ganz so traurig wie sieben Minuten durch die Gegend latschen, nur um dann völlig random mitten aus der Linie gepickt zu werden, aber... Käpt'n Morgen, ich schieße hier grad auf Leute. Können sie sich bitte ein Stück nach links bewegen? Nee, nee. Nee, aber Flo. Ich hab mir hier keine Angst. Wo ist denn eigentlich unser Chef? Einfach hier stehen bleiben und schießen. Wo willst du hin? Ich bewege mich da nicht hin. Doch, du kommst jetzt mit. Nein, ich bleib hier stehen. Komm mit. Ich hab Wurzeln hier hingesetzt. Alter. Ich gedeihe gerade. Warte, 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 das sind Franzosen, oder? Oh Gott, das ist ja französische Reiterei. Ja. Da war ich kurz irritiert. Nee, ernsthaft. Ich bleib hier doch nicht wie ange... Bist du tot? Nee, ich glaub... Nee, was? Okay. Weine, Philipp. Philipp, bist du tot? Da kam einer mit nem Schwert auf mich zugerannt und ich dachte mir, dass jetzt mein Ende kommt und dann kommt so ein Reiter und klatscht den weg. Ähm, Leute. Geil. Ich lad grad nach. War richtig cool, ja. Wiss, wo bist denn du? Widdleham? Widdleham? Wardwals? 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 Widdleham? Chris? Hi, ich komme. Ich bin... Hi. Ach, Gott sei Dank. Mach mir keine Angst. Mann, wer führt denn jetzt den Haufen hier? Ist unser Chef tot? Ja. Ich tu einfach so, als wäre ich AFK, bis einer kommt. Komm, jemand hat Verantwortung übernommen, wir rennen alle der Fahne hinterher. Ach ja, da kommt übrigens die Kavallerie. Oh, das ist ja unser, oder? Ich glaube, der braune. äh, Kavallerie-General. Ja, und jetzt stehen wir hier. Okay, dann sammeln wir uns einfach an der Fahne. Und bleiben an der Fahne. Da hinten ist was los, lass uns doch dahinter gehen. Da geht die Luzi ab. Ah, hier. Hier, wir schließen uns einfach den hier an, den Jägern. Wir haben doch auch keinen Offizier mehr. Doch, den Murat hier. Ach doch, hier, ja. Ja, großartig. Na dann, Murat. Murat. Ist bestimmt ein französischer Maulwurf. Nein, der ist Belgier. So. Genau, aus dem wunderschönen Plandern. Ja, ne? Schlagze! So, außer, als ob er an dem Gegner vorbei rennt. Ach, ne, das ist auch alles Österreich dahinter. Genau, der findet sie nicht. Ich hab den Gegner nicht gefunden. Das kann doch nicht wahr sein, diese Scheißwaffen. Es sind aber immer noch 21 Franzosen am Leben. Naja. Und die müssen ja irgendwo sein. Oh, ich glaub, wir haben sie gefunden. Es gibt, also... Gott, Schütze. Achso, ich hab schon lange nicht mehr gezählt. Es kann doch nicht sein, dass der Gegner genau vor mir steht. Ich ziehe genau auf ihn und die Kugel trifft ihn trotzdem nicht. Selbst mit der Waffe, die ungenau ist, ist es unmöglich, dort vorbeizuschießen. So, wenn wir hier drauf rennen, hab ich kein gutes Gefühl in der Magengegend. Was zum Fick? Was war das denn? So, jetzt krieg ich hier den Berg hoch. Okay, ich hab jetzt die Fahne. Was ist so? Wie konnte ich den verfehlen? Ach, die stehen alle hinten an der Kirche. An der Kirche? Das ist ja super. An der Kirche, wie sie immer so schön sagen. An der Kirche? Die stehen noch alle an der Kirche. Da läuft es mir immer kalt in den Rücken runter, wenn die Leute dann Kirche sagen. Ich hab doch Kirche gesagt. Nein, du hast Kirche gesagt. Die Kirche? Jetzt hat Daniel die Leibfahrt von mir aus. Raspi sukabriyab. Bitte was? Ich stürm grad zur Kirche. Als Einziger. Zur Kirche? Zur Kirche? Ich stürme grad zur Kirche. Sehr schön. Dann... Wo bist du denn? Leck mich doch am Arsch. Ich stürme auch zur Kirche. Dreh dich mal kurz um. Ah, sehr gut. Dann bist du das. Direkt vor mir. Hunde, wollt ihr ewig leben? 13 sind's noch. Das war eigentlich der Plan. Der ganz nett. Ach du Scheiße. Sie haben Matis erwischt. Ja. Ja. Ich hab einen. Ich hab einen Helden getötet. Hä? Glückwunsch. Über dieser Moment, weißt du, wenn du schon siehst, dass es das jetzt war, wenn du so in den Lauf reinkommst und... Nja... Ades, Ades, Ades. Der wird wohl trotz Ungenauigkeit nicht gerneben. Und dann hast du nur ein Gesicht. Nicht! Nicht mich! Ich will das überleben! Todesack Kleine feige Sau Total Ich komm hier nicht rüber Das ist ja jetzt schade Oh mein Gott, er hat nachgefangen Ich lade mal kurz nach Aus Sicherheitsgründen Es leben nur noch zwei Ach, das können die anderen machen Jetzt beim letzten drauf gehen Ist ja auch doof Ist das ein Reiter? Ist der Reiter einer der letzten? Oder wo? Ach da, ah da rechts Ja, es ist nur noch der Na komm Komm zu mir Komm zu Papa Put 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 Ah, schade Gott schürt zu den Kaiser Absolut Amit Tapu 泡 �